Ach so! Der Himmel ist blau. Sieht das nicht schön aus? Hallo, liebe Deutschlernende! Ich hoffe, es geht euch gut. Heute möchte ich mit euch über Gewohnheiten reden. Ich denke, Gewohnheiten sind sehr wirksam. Gewohnheiten sind ein nützliches Mittel, um im Leben voranzukommen. Es gibt auch schlechte Gewohnheiten und wir alle wissen, wie schädlich schlechte Gewohnheiten sein können, weil es schwer ist, diese loszuwerden. Und was ist, wenn man dies zum Positiven kehrt? Was ist, wenn man eine positive Gewohnheit hat, die einem im Leben weiterbringt? Die wird man auch nicht so schnell los. Deshalb habe ich angefangen, mehr und mehr gute Gewohnheiten in mein Leben einzubauen. Wenn ich morgens aufstehe, ist das Erste, was ich mache. Und das Erste, was man macht, sollte immer am wichtigsten sein. Das Erste, was ich mache, ist es, mich an den Computer zu setzen und für diesen YouTube-Kanal und für AuthenticGermanLearning.com zu arbeiten. Denn das ist mir zur Zeit am wichtigsten. Ich stehe circa sieben bis acht Uhr auf und dann verbringe ich zwei bis drei Stunden mit der Webseite und um zehn Uhr oder zehn vor zehn klingelt mein Wecker und ich lerne Italienisch für fünfzehn Minuten. Ich lese nämlich gerade ein Buch auf Italienisch. Das hilft mir sehr. Das Lesen hilft mir sehr, denn ich lerne ganz viele neue Wörter und ich sehe auch die Wörter, wie sie geschrieben stehen und ich versuche auch selber in meinem Kopf mir zu überlegen, wie die Wörter ausgesprochen werden. Dann nach diesen fünfzehn Minuten mache ich Sport und dazu benutze ich eine App, die heißt SEVEN, weil man nämlich genau sieben Minuten dieses Programm macht. Das ist ein Intervalltraining, also 30 Sekunden hart trainieren, zehn Sekunden Pause, dann wieder 30 Sekunden hart trainieren und ihr könnt hier sehen, wie gerade mein Stand ist und zwar habe ich 360 Tage lang jeden Tag Morgensport gemacht und dadurch fange ich jetzt an, mehr und mehr Resultate zu sehen und das ist sehr, sehr wirksam, denn für mich ist es jetzt so, nach 360 Jahren, 360 Tagen, dass ich, dass es gar keine Frage für mich ist, ob ich Sport mache oder nicht. Ich mache einfach Sport. Das ist ganz natürlich, das ist ganz selbstverständlich für mich und das ist wirklich die Wirksamkeit, die Gewohnheiten haben können. Was mache ich dann? Dann ich dusche, dann meditiere ich für fünf Minuten. Ich möchte jetzt auch das erweitern auf zehn Minuten. Dann schreibe ich in mein Tagebuch. Dazu mache ich ein Bild von mir und ich mache ein Bild von mir, das zeigt, wie ich gerade drauf bin. Das zeigt, was mein Gefühl momentan gerade ist. Das mache ich in mein Tagebuch rein, in Evernote und ich schreibe dann auch einen kleinen Text dazu, wie ich mich gerade fühle und danach lerne ich nochmal Italienisch. Da schaue ich dann Videos auf YouTube. Hallo Alberto! Mit diesem Menschen lerne ich Italienisch und dann habe ich noch ein paar andere Routinen. Das geht dann mehr und mehr ins Detail und ich versuche, erst um 16 Uhr Facebook zu benutzen. Das ist meine Herausforderung, die ich mir stelle, erst um 16 Uhr Facebook zu benutzen. Ja, das sind erstmal ganz viele Gewohnheiten, die ich mir über lange Zeit aufgebaut habe. Und euch möchte ich euch empfehlen, falls ihr auch Gewohnheiten aufbauen wollt, geht es langsam an. Macht immer nur eine Gewohnheit nach dem anderen und wenn ihr die ein, zwei Wochen gemacht habt, dann erst versucht, die nächste Gewohnheit zu schaffen, weil es erstmal viel Willenskraft kostet, eine neue Gewohnheit zu formen. Aber danach braucht ihr keine Willenskraft mehr, sobald die Gewohnheit festsitzt. Und eine Gewohnheit, mit der ihr jetzt anfangen könnt, ist euch vorzunehmen, jeden Tag zehn Minuten Deutsch zu lernen. Zehn Minuten lang. Ihr könnt dazu gerne meine Videos benutzen. Ich mache meine Videos vier bis zehn Minuten lang und das ist dann eine gute Zeit, die ihr lernen könnt. Ja, also zum Beispiel, gleich nachdem ihr aufgestanden seid oder an einer bestimmten Uhrzeit am Tag, sagt euch, macht euch vielleicht ein Wecker und dann sagt euch, an dieser Uhrzeit, um diese Uhrzeit, möchte ich Deutsch lernen. Dann schaut eins meiner Videos pro Tag und das war's dann. und dann habt ihr in Nullkommanichts, also in ganz schneller Zeit, habt ihr diese Gewohnheit. Ich merke, ich habe schon ganz viel geredet, insofern höre ich jetzt lieber auf, weil es immer sehr viel Zeit kostet mit den Untertiteln. Insofern, das ist jetzt, das sind meine Ideen über Gewohnheiten und ich hoffe, ihr könnt es auch in eurem Leben implementieren und ich wünsche euch viel Erfolg damit und wie immer, lernt Deutsch, Leidenschaft. Ciao, ciao! Ciao, ciao!